Hallo liebe MyProteinFamily. Ich bin David, euer Fitness- und Ernährungsexperte. Das heutige Video widmen wir uns dem Clear Whey, ein hochwertiges Whey Protein, wie ein erfrischendes Proteingetränk. Perfekt für heiße Sommertage. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann bleib jetzt dran. Bevor wir ins Thema einsteigen, vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken. Hast du auch das Problem, ihr wollt Proteinpulver kaufen, wisst aber nicht, welches das Beste für euch ist. Es gibt viele unterschiedliche Proteine, die aus Molke, Casein, Eiern, Sonnenblumen, Erbsen, Reis und Hanf bestehen. Und jetzt noch das Clear Whey Isolat. Ist nicht leicht, den Überblick zu behalten, oder? Was ist Clear Whey Isolat? Es ist ganz einfach. Es handelt sich um einen Molkenproteinisolat, das Laktose- und kalorienarm ist. Ihr könnt es eigentlich mit einem ganz normalen Proteinshake vergleichen, der bloß erfrischender und leichter schmeckt. Wie andere Proteinshakes liefert dieses Clear Whey 20 Gramm Protein mit BCAAs. Nochmal kurz zu den BCAAs. BCAAs bestehen aus Leuzin, Isoleuzin und Valin. Das sind essentielle Aminosäuren. Essentiell heißt, unser Körper kann es sich selber herstellen. Sie unterstützen den Muskelaufbau, fördern die Regeneration und werten eiweißarme Ernährung auf. Kommen wir zu den Vorteilen. Zum einen ist Clear Whey kalorienarm. Wenn du also Körperfett verlieren und gleichzeitig Muskelmasse erhalten möchtest, sollst du auf deine Kalorien achten. Da ist das Clear Whey eine großartige Option, weil auf 100 Gramm hat es nur 351 Kalorien, davon 7 Gramm Kohlenhydrate, 0,4 Gramm Fett sowie 81 Gramm Protein. Wahnsinn, oder? Kommen wir zu einem weiteren Vorteil, wie für mich die Laktose- und Tralland sind. Ich zum Beispiel vertrage Laktose nicht so gut und bekomme beispielsweise bei normalen Whey-Protein einen Blähbauch. Das ist hier nicht der Fall. Solltest du auch Probleme haben, dann teste doch einfach das Clear Whey. Dadurch, dass das Clear Whey nur wenig Kalorien hat, ist es ideal in einer Diät oder für jemanden, der auf die Bühne gehen möchte. Außerdem ist es lecker und im Sommer ein tolles Erfrischungsgetränk. Das waren einige Vorteile, aber gibt es auch einige Nachteile? Jein, also es ist eher ein Vorurteil. Wir alle kennen das Sprichwort, die Dosis macht das Gift. Das Gieß geht für Wasser, Alkohol, Sport und sogar auch für Proteine, falls wir zu viel Proteine zu uns führen. Eine Studie hat darauf hingewiesen, dass eine proteinreiche Ernährung die Nieren und Leber belasten kann. Aber wenn ihr weniger als 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu euch nehmt, dann braucht ihr euch definitiv keine Gedanken zu machen. Kommen wir aber zur Dosierung. Wenn es um Proteine geht, ist es wichtig wann und wie viele Proteine du zu dir nehmen solltest. Optimal ist es all deine Makro- und Mikronährstoffe über die Nahrung zu decken. Ich kenne es selbst. Durch einige Anlässe oder Momente ist es einfach zeitlich nicht möglich, dies zu schaffen. Deshalb ist meine Meinung besser als ein Shake mit Nährstoffen als gar nichts. Es ist super wichtig, weil wir nur einen Körper haben, deshalb versorgt euren Körper mit Nährstoffen und treibt Sport. Denn wir alle haben einen Wunsch gleich und zwar gesund zu werden. Vor allem wenn wir krank sind. Das ist unser einzige Gedanke. Ich möchte nur wieder gesund sein. Ich persönlich nehme nach dem Sport und vor dem Schlafengehen einen Shake. Also an Trinkstagen und sogar an Trinkfreien Tagen nehme ich bis zu 2 Shakes. Nun zur Dosierung. Mische dafür deinen Lieblingsgeschmack vom Clear Whey in einem Shaker. 1 Scoop oder falls du jetzt keinen Scoop haben solltest sind 2 bis 3 Esslöffel als Alternative. Clear Whey mit 300 bis 400 Milliliter Wasser. Perfekte Nährwerte. Weniger als 100 Kalorien und 20 Gramm Eiweiß. Besser geht es nicht, oder? Ich persönlich liebe Clear Whey Isolat. Es ist wirklich super leicht zu machen. Hast dein Eiweißpulver in deinem Shaker, mischt es mit Wasser, trinkst es. Es ist leicht. Es ist super verdaulich. Ideal für mich. Jetzt kommen wir zum Geheimtipp und zwar das Clear Whey Isolat Wassereis. Dafür nimmst du einfach nur dein Eiweißpulver. Mein Favorit ist zum Beispiel jetzt Traube, also Grape. 1 Scoop mit 200 Milliliter Wasser in ein Tiefkühl geeignetes Gefäß und über Nacht gefrieren lassen. Und voila, fertig ist euer Protein Wassereis. Mein Favorit ist wirklich hier das Clear Whey Isolat Geschmacksrichtung Grape. Es hat super Nährwerte unter 100 Kalorien pro Portion. Hat 20 Gramm Eiweiß mit BCAAs angereichert. Es ist super verdaulich für mich. Einfach und simpel. Hat super Nährwerte. Falls du mehr darüber erfahren wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Das war's fürs heutige Video über das Clear Whey Isolat. Wenn du keine Videos mehr zur Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel verpassen möchtest, abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Ich bin erstmal raus. Dein David. Bis zum nächsten Mal.